Ich spreche jetzt mal für einen Verein. Uns wäre es natürlich auch lieber, wenn wir mit einer basisdemokratischen Organisation wie beispielsweise der FIFA oder dem Olympischen Komitee zusammenarbeiten könnten. Weil da kann man nämlich noch viel erreichen als kleines Mitglied. Schön hier, ne? Schönen Briefumschlag. Der Franz hat es ja vorgemacht.